Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Overwatch Video mit eurem Brocken. Ja, wir waren ja mit dem guten Reaper unterwegs. Den wollen wir auch nochmal ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen, kann man sagen. Mal gucken, wie er sich verhält weiterhin. Bin auf jeden Fall gespannt. Angreifen. Achso, das ist... Ist da diese dicke Interkette hier, ne? Ja, ist da. Also, diese Verrückte. Hey, Fußball. Juhu. Fußballspiel in dem Basketball. Oh, lass rausgehen, lass die Verrücken los. Oh, boi. Oh, boi. Dieser Affe. Oh, er ist doch noch weg, ey. Wird eingenommen, wird eingenommen, wird eingenommen, wird eingenommen. Yeah, Junge. Oh, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, in diesen Dingern gefunden zu sein. Neeein. Neeein. Nein. Oh, baby Duncan ist die beste. ist natürlich sehr sehr nice haben wir noch ja wir haben die base noch perfekt ja jungs wir sind ein team alter geil jungs so will ich das sehen kann man ja nicht sehen wie viel kitz ich habe oder so geht das 1 zu 0 yeah konnte ich da nicht sehen wie viel kitz ich da irgendwie hab neun eliminierungen los geht ja die dame ist auf jeden fall echt super wenn sie sie geheilt hat auf jeden fall ordentlich da steckt ein Pfeil im Glas los das ist hihihihi egal junge wir haben einen auch eliminiert so muss es auf jeden fall sein Man muss einfach mal ein bisschen Action hier machen Man muss halt einfach echt Einfach sich mal voll reinknien Und auf jeden Fall alles geben Was? Nein Hey Leute, haltet ihn Ich bin gleich da Sind da jetzt so viele oder was? Da müssen wir mal ein bisschen Action Finger weg von meinem Kollegen Was wollen wir hier? Was wollen wir hier rumwürfen? Wie so ein Bunny Hopperner Das ist alles Ja, auf jeden Fall Wie gesagt Muss ich mich natürlich auch selber Da nochmal ein bisschen einspielen Auf jeden Fall Aber ansonsten Auf jeden Fall Ein sehr gelungenes Game Macht mir Laune Ist auf jeden Fall mal was anderes Der Look gefällt mir So die Charaktere Die Charaktere Die ich bis jetzt getestet habe Habe ich halt Äh Auch nicht Jetzt irgendwie Negatives Zu sagen So ich glaube Jeder Charakter Hat so seine gewissen Vor- und Nachteile Auf jeden Fall Nein Ich war gerade dabei hier Alter Egal Ja wir haben gewonnen Das können sie uns jetzt auch nicht mehr nehmen Also von daher Was? Ja komm Die paar Sekunden Die ich jetzt da verlängern Sind wir mit einverstanden Aber Ändern wird es an dem Sieg Jetzt auch nichts Nee Wir haben gewonnen Was alter Ey Leute Nicht euer Ernst Ey Ja komm Eine Verlängerung Alter Für was denn Weil die Gerade unten so drinnen standen Oder was Ja komm Leute Das können wir uns jetzt auch hier nicht gefallen lassen Ja und ich hab meinen Finisher Ich geh da gleich rein Und rommst da alles weg Oh Leute Ey Das ist nicht euer Ernst Jetzt Ja Ja Verlängerung Wieder oder was Damit die Gegner noch Chancen haben Den Punkt einzunehmen Oder was So lächerlich Mann Warum kriegen wir da Immer ne Warum kommt da immer ne Verlängerung rein Sollen sich verpissen Mann Es gibt keine Verlängerung Es gibt nur Sieg alter Verlängerung Verlängerung Junge Für was denn Damit die schlechten Spieler Noch mal was Gutes sehen Oder was Never never Jungs Sowas gibt es nicht Harry Yeah Unser Kollege Ja Woa der Wollt da war ganz schön Nachmittag Mit seinem Waffen Ja komm Geben wir Ari Ari Junge Ordentlich 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 Ja Ja Leute Das war auch mal wieder Die Folge Overwatch Mit eurem Brocken Ich bedanke mich Natürlich fürs Einschalten Wenn euch die Folge gefallen hat Dann lasst mir ein Like Nach oben da Wenn ihr Fragen habt Ab damit in die Kommentarbox Ich auf jeden Fall bin jetzt raus Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag